hallo ihr fantastische menschen da draußen willkommen zu einer neuen folge retropanner quält sich und heute haben wir eine besondere halt in diesem format und zwar zum ersten mal ein gameboy advance spiel ja so ist es der mark hat sich es gewünscht und bei he man ging gleich meine ohren auf weil ich war damals ein großer he man fan wie vielleicht viele andere von euch wobei ich hier von dem design sehe ich glaube da gab es irgendwann mal so ein redesign das ist auf jeden fall nicht der alte he man den ich kenne und der wurde anscheinend auch für den gameboy advance verbrustet ich habe bisher nur schlechtes davon gehört deswegen gucken wir mal deswegen lieber mark vielen dank für diesen wunsch hoffen wir mal dass es nicht ganz so schlimm wird und eines vorweg mich hat eine ganz liebe e mail erreicht und zwar möchte ich die holy gimpels grüßen an dieser stelle sehr sehr geehrte e mail vielen dank hat mich sehr gefreut dass ich die bekommen habe und natürlich herzliche grüße an die holy gimpels gehen an dieser stelle natürlich heraus vielen dank dass ihr immer reinschaltet ja und wenn ihr für dieses format irgendwelche wünsche habt egal ob 16 oder 8 bit einfach in die kommentare rein ich schaue mir alles mal an und ich würde sagen genug der langen vorrede hoffen wir mal auf das beste ok gut wir können schon mal die mission auswählen ok ich würde sagen ok he man if ios skeleton minions invade the castle wir doomed ok also bla 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 skelette töten was kann ich ich kann springen ich kann schlagen ok ja ist gut ist gut ist gut ok da top das ja ist gut ich hasse so tutorials weil man so zugeschissen wird ohne ende war so komplex kann es da nicht sein zack ok das kampfsystem ist etwas komisch man muss natürlich auch sagen dass diese isometrische ansicht natürlich jetzt auch mal nicht die beste ist für irgendwelche kampfsysteme steuerung geht so erst eindruckmäßig zumindest in ordnung hier ist ein schwert blablabla ok mehr attack damage wie man sieht also ich kann es ist nicht so einfach abzuschätzen wo man ok das scheint ein portal zu sagen wo die skelette rauskommen ist das jetzt komplett kaputt oder wieso ignoriere mich die skelette wenn sie da rauskommen warum geht das nicht kaputt ok ich laufe jetzt ganz schnell ok ähm wo geht die ganze skelette hin das ist die burg da kann ich nicht hin ok vielleicht hätte ich jetzt doch die tutorials lesen müssen das letzte steht aber immer wieder auf ok die geben hier quasi in die burg und ich muss sie aufhalten wahrscheinlich das war's jetzt gameplay mäßig ich hätte jetzt gesagt okay dann ist es wahrscheinlich ziel des levels ok warum bin ich da jetzt gerade gestorben warum bin ich da jetzt gerade gestorben ich bin ist ehrlich gesagt etwas überfragt ich meine gut steuerung ist ziemlich hakelig ich kann mir vorstellen wenn das dann später irgendwie auf geschicklichkeit geht oder ähnliches wird ziemlich öde und das kampfsystem ist halt sehr sehr öde also bisher zumindest könnt ihr nur schlagen und ich kapiere nicht warum die skelette denn so kurz vorher noch einmal einfallen weil es bringt irgendwie nichts grafik ich kenne mich mit gameboy advance nicht so gut aus ehrlich gesagt ich schätze mal das passt einigermaßen ist es natürlich jetzt auf dem bild ziemlich hoch gestreckt das sound ist halt da ich habe hier halt noch nicht so ganz komme ich aus dem tor raus also ist meine vermutung ich muss das tor kaputt machen aha ich kann den schwertschlag durch drücken auf die taste aufladen ok gut das war jetzt mein fehler das muss ich wahrscheinlich zurück blablabla ok gut da kann ich rüber springen ja ok ich verspringen das hier alles ehrlich gesagt scheint lebensenergie gewesen zu sein kann ich hier durch nein immer noch nicht hier kann ich wahrscheinlich immer noch nicht rein nein boah ne also so ein ich hätte mir das vorstellen können so ein richtig geiler brawler oder sowas ne das wäre irgendwie geiler gewesen ne was soll das hier also was 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 diesem spiel diese isometrische ansicht jetzt gut tun soll weiß ich nicht ganz ehrlich und warum kann ich hier diesen ah ok ich wollte gerade sagen diesen pot hier nicht aufmachen aber anscheinend geht es ja doch also unter himmel verstehe ich mir echt was anderes go rescue sortierte ok ich muss jetzt men at arms rescue also retten muss ich hier irgendwie durch kommen ok aufladen geht nicht ok kann hier noch durch die schultertasten kann ich blocken war bisher jetzt nicht nötig muss ich sagen die haben sie noch nicht mal sie mühe gemacht diesen baum zu animieren guckt euch mal an wie also 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 freunde wenn man das hier so schon macht dass man baum umkloppen muss um irgendwo hin zu gehen ne der packt doch eine vernünftige animation rein und dass man da vernünftig rüber geht das 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 was sollte das denn jetzt sein also da wird sich echt keine mühe gegeben das auch eine ansatzweise gut umzusetzen habe ich das gefühl komm her komm her flugzeug was das auch immer wie ist das jetzt plötzlich so stark ok das sind fallen bla 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 wenn du muss ich das abblocken und ich weiß nicht also vielleicht vielleicht ist das ja im neuen he-man da aber mal zahlen diese feine aber wie bitte wieso 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 das irgendwelche düsenjets diskret mäßig aussehen verstehe ich nicht zack und wieder aufladen und außerdem boah guck dir das mal an die stoßen euch zurück denn dann seid ihr kurz unfähig aber seid halt nicht unverwundbar das ist bei bei solchen spielen halt immer scheiße ne und damit können ihr euch die relativ einfach glaube ich so zwei gut in die ecke drängen auf jeden fall komm her ja aber es ist irgendwie ich weiß nicht es ist irgendwie keine vollkatastrophe ne es ist jetzt nicht der autounfall der so schrecklich ist dass man aber hingucken muss so ist es jetzt nicht ich laufe jetzt einfach drüber ich weiß ich hätte es verhindern müssen aber ist mir jetzt gerade mal egal aber warum warum kann ich steine weghauen warum das macht keinen sinn das ist hier einfach blöd rumlaufen ja ja ist halt wie ein Schild also wirklich so eine Art beat em up wie golden eggs zack einfach reskinn mit entsprechenden gegnern und entsprechenden charakteren die ihr spielen könnt zack super spiel ok damit habe ich ihn jetzt gerettet konnten wir nicht irgendwie ich weiß nicht in die spiegrafik auch ein bisschen integrieren oder ging da das geld für die animationen des baumes drauf also es gibt ja schon einige lieblose lizenzversoftungen ne aber manche geben sich da ja echt so ein bisschen müde oder sowas ne das war jetzt die mission wenn jetzt wirklich jedes level gleich aufgebaut ist das ist im Prinzip anscheinend oder ist das jetzt ein bonus level weil wenn jetzt wirklich jedes level gleich aufgebaut ist dann kriege ich das kotzen weil das das ist jetzt einfach nur hoho wir haben eine eine isometrische welt mit ein paar gegnern die wir reingeworfen haben und äh hier und da wird es halt ein bisschen gegatet ne dass das man da nicht sofort hinkommen kann ok die zeit läuft runter also scheint es ein bonus level zu sein ähm und jetzt mach mal abenteuer wo sie sich noch nicht mal mühe geben das irgendwie grafisch großartig zu animieren es gibt doch keine edle steine mehr ok ich würde sagen ich habe eigentlich schon die schnauze voll ok wir sollen jetzt den tiger retten battlecat das sieht genau so aus der ablauf ist exakt derselbe nee also das hätte man wirklich anders viel viel aber viel viel besser machen können und dass das das wird eigentlich He-Man nicht gerecht weil irgendwie kommt da dieses He-Man Gefühl nicht rüber wisst ihr dass das das dass ihr der coole Dude seid und alles und das ist ja alles nur so Mist und mittelmäßig ne also lieber Mark vielen Dank auf jeden Fall für diesen Wunsch ich habe jetzt auch keinen Bock mehr ehrlich gesagt danke dass ihr reingeschaltet habt wie gesagt wenn ihr auch noch Wünsche habt egal ob 8 oder 16 Bit ab in die Kommentare ok glaube Game Boy 1 ist genauer gesagt 32 Bit aber da steht Game Boy davor also nehme ich das mal so ein bisschen dazu auf jeden Fall schön dass ihr reingeschaltet habt ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag egal was ihr noch vor habt und macht es gut tschüüüüüüüüüüüüüüüüâ